Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu Tag 10 des Adventskalenders. Heute dabei Chris und Tommi. Hi! Hi! So und das erste was wir tun müssen ist diesen Tisch zu bewundern, denn der füllt sich langsam. Ja, ich habe reichlich gedeckt für euch. Lecker lecker Cookies. Will jemand Tag 10 suchen? Ja! Oh, Tommi ist ganz motiviert. Ey, jeder macht eine Leiter. Kommt Jungs. Tag 10. Okay? Jeder nimmt eine Leiter. Das hier ist 1, das hier ist 1. Ich habe, ja hier vorne, Christmas Parcours. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, ein Parcours? Okay, dann kann es ja losgehen. Alles klar. Dann schauen wir mal. Oh Gott, diese Leitersprüngung, die er kann immer. Klingt nach Spaß. Oh mein Gott. Hä, wie soll man denn... Oh. Oh lol. Ach du Kacke. Okay. Ähm. Hier wird es lustig gleich. Nein, 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 nein. Wir hassen ihn. Wir hassen doch nicht an Weihnachten. Das ist noch nicht. Vor allem guckt euch noch mal diese Länge... Noch dürfen wir hassen. Ja. Guckt euch mal die Länge von diesem Parcours einfach an. Wir dürfen nur nicht am 24., 25. und 26. hassen. An allen anderen Tagen des Jahres schon. Nein! An diesen Tagen dürfen wir tiefsten, bösesten, schwärzesten Hass empfinden. Boah. Und an den... an den... an besagten Tagen nur intensive Abneigung. Bin drüben. Jetzt komm ich auch immer zum Checkpoint. Wollte ich nur mal so sagen. Oh, okay. Ja. Der MCTSTS-Gott hat uns erhört und uns einen Checkpoint gegeben. Kurze Frage, wie schafft man das? Okay, Chris, du kannst mich doch nicht immer da runterschubsen. Das mach ich doch gar nicht. Machst du sehr wohl. Locker, man muss durchsprinten. Sprinten. 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 Der Tommy ist ein Sprinter. Oh, Leute, guckt mal. Wenn man das oft genug macht, dann wird es leichter. Ja. Der MCTS-Gott hat uns wieder erhört. Ich bin mir bei der Aussprache eben immer noch nicht sicher. Verdammt. Ja, das ist ganz lustig, weil er sich anscheinend selber nicht sicher war, hat er es am Anfang dieser Mepin geschrieben, wie man das ausspricht. Ah, okay. Und es heißt tatsächlich MCTSTS. Okay, guck's zu lösen. Und nicht, wie viele gedacht haben, mzzz. Mzzz. Boah, ich bin drüben. Ich bin einfach drüben. Echt? Ja, also nicht beim Checkpoint. Da war ich schon dreimal. Ah, verdammt. Wir sollten uns am besten einmal im Kreis stellen, zur MCTSTS beten. Und vielleicht wird dann der Sprung leichter. Ich glaube, er hat uns erhört. Er hat uns erhört. Er hat uns erhört. Er hat uns erhört. Echt jetzt? Ja. Er hat uns erhört. Geil. Oh mein Gott. Gedankt sei der MCTSTSCOT. Gedankt sei der MCTSTSCOT. Gedankt sei der MCTSTSCOT. Gedankt sei der MCTSTSCOT. Wir sind so durch, ne? So viel Glühwein getrunken. Ein Wunder. Ein Wunder. Mögt ihr eigentlich Glühwein? Der Tommy ist 14. Kann ja sein. Ich weiß gar nicht, warum ihr eigentlich so scheiße seid. Oh, krass. Kleine Warnung für euch. Ihr sollt vielleicht nicht auf die rote Wolle drauf treten. Die ist böse. Der Sprung ist aber auch nicht gerade ohne hier. Gerade wenn da irgendwie Leute sind, die einen immer runterschlagen. Sag mal, Chris. Sag mal, Chris hakt. Nicht hassen, lieben. Du weißt doch, was der MCTSTSCOT uns beigebracht hat. Nächstenliebe. Schon vergessen. Warte, nicht auf die roten, ja? Ja. Die sind ganz böse. Sie klauen dir deine Weihnachtsplätzchen. Ach du Scheiße. Das ist wirklich böse. Oh. Wie soll das bitte gehen? Du musst einfach laufen. Ich kenn solche Blöcke. Voll Indiana Jones mäßig, ey. Mal hier, tu halb Zwilling, ne? Ist das nicht deine Idee gewesen, Noah? Mann! Just saying. Warum hast du mich runtergeschubst, Tobi? Weil Tobi ein böser, böser Mensch ist. Das stimmt absolut nicht. Na, oh, ich kotze im Strahl. Warum darf man nicht auf die Rollblöcke treten? Weil sie dir die Kekse klauen. Weil sie dir die Kekse klauen. Richtig. Hatte ich doch vorhin erklärt. Und Wollblöcke, die dir die Kekse klauen, sind ja wohl echt das allerletzte. Aber ich hab doch noch drei Kekse. Jetzt hast du keine Kekse mehr. Weil du böse warst. Oh mein Gott, schaffe ich es, ohne zu sterben? Ohhhh. Oh, ach so, ja, man darf ja gar nicht auf die Rote. Okay, das müssen wir echt einzeln machen, weil sonst schubst man sich da gegenseitig eine Runde. Ja, okay. Los, Tobi, du gehst vor. Ich hasse euch, okay. Geh vor. Do it. Oh fuck. Boah, es ist einfach Eis. Ich kotze im Kreis. Es ist Eis. Tschuldigung. Oh shit. Oh shit, geschafft. Ihr könnt froh sein, euch so einen Jobrun-Profi wie mich geholt zu haben. Sonst würdet ihr wahrscheinlich hier noch 50 Minuten oder so aufnehmen. Chris, das ist Blasphemie. Es war der große MCTS, die Escort, der uns zu diesem Wunder verholfen hat. Was eigentlich, wenn ich dich jetzt schlage, Chris? Dann wird der MCTS dich gottlich bestrafen. Nein. Och Mensch, Tommy. Ist ja bockschwer, ey. Das wird danach nicht besser. Ja, ich merk das. Da ist noch mein ganz, ganz fieser Leitersprung. Ach, schön. Bist du drüben am Checkpoint? Ja, aber ich krieg den nicht. Ich glaube, wir sind wieder auf die Hilfe des MCTS-TS-Gods angewiesen. Oh mein Gott. Leute, seht ihr das? MCTS-TS hat uns erhört. MCTS-TS hat uns erhört. Warum denn ausgerechnet Eis? Weil es Weihnachten ist. Oh ja, okay. Das hier ist jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Ja, warum kommen wir das hier alle nicht hin? Was zum Geier. Ich glaube, wir sollten wieder ein Gebet an den großartigen MCTS-TS-Scott aussprechen. Er hat uns geholfen. Er hat uns geholfen. Ein Wunder. Ein Wunder. Lieber TMCTS-TS-Scott, möchtest du uns jetzt auch wieder fallen lassen? Nein, dann sterben wir. Oh mein Gott. Leider löst er hier auch nicht aus, der Checkpoint. Oh nein. Ähm. Ja gut. Glaubst du, der große MCTS-TS-God wird ein weiteres Wunder für uns vollbringen? Ich glaube, wenn wir nur stark genug an ihn glauben, dann wird er es vollbringen. Lieber MCTS-TS, wir sind deinen Herausforderungen nicht gewachsen. Wir können deiner Stärke nicht näher kommen. Mit anderen Worten, bewegt dein Arsch. Ist da gerade der Block grün gemacht? Er hat uns wieder erhört. Okay. Können wir einmal kurz stehen bleiben und dieses kleine Ding, den Weihnachtsmann dort appreciaten? Oh yo, der ist niedlich. Der ist echt cute. Oh mein Gott, Freunde, ich hab's gleich. Jetzt runter. Du hast es geschafft! Also, Freunde, wir haben's geschafft mit sehr viel religiöser, spiritueller Hilfe. Dann noch einen schönen Tag, meine Freunde. Stärkt euren Glauben, euren Glauben am MCTS-TS. Vielleicht schaut euch einmal mal seine neueren Maps an. Die funktionieren besser. Und dann noch ein... Da ist ein Gott gar nicht mehr nötig. Ja. Da ist ein Gott gar nicht mehr nötig. Danke, lieber TMCTS-TS, dass du uns so gut durch dieses Level geführt hast. Und Kinder, wenn ihr heute Abend zu Bett geht, richtet gerne ein Gebet an ihn. Vielleicht gibt er euch ein paar Geschenke mehr an Heiligabend. Und das übrigens schon in zwei Wochen ist. Oh! Ja, Freunde, bald wird's ernst. So, wir sehen uns aber morgen. Am 11. Dezember. Bis dahin macht's gut. Hat eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern. Und haut rein. Tschüss! Tschüss!